Hallo und herzlich willkommen zum Tageslicht, dem kleinen Impuls für die Energie des Tages am Samstag, den 22. Oktober. Ja, schauen wir mal, was haben wir denn für heute eine Energie? Für eine Energie, den Eremit. Ja, da geht es um Authentizität, vielleicht ein Stück weit auch um Rückzug, um genau hinschauen, weise werden. Ja, Licht- und Schattenseiten anschauen, auf dem eigenen Weg wieder ein Stück vorankommen oder eben vorangehen, sich führen und leiten lassen von dem, was dir ganz selbst entspricht. Ja, es ist eine große Arcana, was du wundervoll da drin unterstützt, deinen eigenen Weg zu gehen. Ja, vielleicht kannst du es selber auch noch ein Stück weit unterstützen, indem du so ein bisschen in Rückzug gehst, in Meditation, dir einen Moment dafür Zeit nimmst. Ja, es muss ja auch nicht sehr lang sein, aber ja, vielleicht hast du aber auch länger Zeit und kannst dich vergewissern über das, ja, was noch angeschaut werden möchte, was schon gelungen ist, was schon entstanden ist, sich entwickelt hat. Aber, ja, was auch noch vielleicht getan werden darf, verändert werden darf, damit du ganz in deine eigene authentische Kraft auf deinen Weg kommst. Ja, das hatten wir gestern, gestern hier in der Buddha-Karte, ja, dir selber treu bleiben, ja, deiner eigenen inneren Wahrheit entsprechen, damit, dahingehend ist der Eremit unterwegs. Ja, lässt sich da eben auch nicht beeindrucken, ne, von, von hinein geredet, ne, von dem, was andere zu bestimmten Sachen denken, ja, die haben ihren Weg, er hat seinen Weg, ja, und schaut sich das auch immer wieder ganz bewusst an, kommt weiser aus seinem Rückzug zurück. Hier wirst du wunderbar unterstützt, ne, durch die göttliche geistige Welt, ne, auf deinem Weg voranzukommen, ganz in deiner Authentizität zu finden. Vielleicht wieder mal ein Stückchen, ja, es, das ist jetzt kein kompletter Umschwung irgendwie, oder, ne, es ist schon eine Energie, die weitreichend ist, für viele Bereiche im Leben auch gelten kann, ne, sich lange auch erstrecken kann. Ja, ja, heute ist auf alle Fälle wieder mal eine starke Energie dafür gegeben, ein starker Impuls, ne, ja. Und der wird sich dann in verschiedenster kleiner, kleinschrittiger Weise auch noch auswirken und zeigen. Ja, vielleicht kannst du heute an dem Tag tatsächlich auch so ein bisschen allein sein, ziehst dich vielleicht auch bewusst zurück, ne. Ja, vielleicht ist das auch jemand anderer, äh, ein Gegenüber, ne, der sich bewusst zurückzieht. Und, ne, eben, aber aus diesem Grund, ne, ja, die Sterne, ja, geht es vielleicht, ne, wirklich um eigene Erleuchtung, ne, dem eigenen Weg zu folgen, der göttlichen Führung, ja, dem auf die Spur zu kommen, sehr stark, ne. Gibt es hier einen sehr starken Impuls dafür, ne, wird dir vielleicht etwas auch ganz klar und deutlich, ne, wo es hingeht, ähm, für dich persönlich, im Miteinander, im Beruflichen, in der Liebe, ja. Ja, ja, heilst du wieder ein Stück weit mehr, ne, auch das zeigen die Sterne an. Ja, Wunscherfüllung vielleicht auch, ne, erfüllst du dir einen eigenen Wunsch, ja, vielleicht auch durch, dadurch, dass du für dich selbst bist, dich zurückziehst. Ja, schauen wir mal, was haben wir hier noch? Erfolg folgt der Energie, die hinter einer Tat steht. Die Stimme deines Herzens sagt, nur die Absicht hinter deiner Handlung zählt. Sei dir immer bewusst, was der wahre Grund für dein Verhalten ist. Erfolg folgt der Energie, die hinter deiner Tat steht. Hm. Werde dir deiner Absicht bewusst. ne, 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 des wahren Grundes für dein Verhalten, für deinen Rückzug, ja, für die, für eine gewisse Konzentration auf etwas Bestimmtes, ne. Wird dir vielleicht einfach auch klar an dem Tag, ne, ja, was deine Absicht hinter einem bestimmten Verhalten ist, ne, der wahre Grund. Eben, vielleicht nimmst du dir auch Zeit, ne, um herauszufinden, ne, was du wirklich willst, ne, wo es für dich hingehen soll, ne, ja, um erfolgreich voranzukommen. Wird dir das auch klar, ne, mehren sich hier die, mehren sich hier das Verständnis dafür. Ja, warum willst du mit einem bestimmten anderen Menschen zusammen sein? Ist es tatsächlich der Grund, ähm, dass es zu deinem Weg gehört, ne, oder weil du nicht allein sein möchtest? Auch so ein, das spricht der Irre mit so ein Stück weit an, ne, ne, das Alleinsein, ähm, alleine gehen. Ja, durch manches können wir einfach nur alleine gehen, ja, müssen wir vielleicht auch alleine gehen, eben, ne, um in Erfolg zu kommen, in positive Entwicklung. Hier haben wir die Fünf, ne, in der großen Arcana ist das der Hierophant. Ja, es ist eine wichtige Lernaufgabe, ne, ein wichtiger Schlüssel auch für die weitere Entwicklung, ne, die eigene Absicht anzuschauen, ne, die eigene Entwicklung, die eigenen Motive. Ja, ja, sich über sich selbst klar zu werden, um voranzukommen, ja, vielleicht eben auch wirklich zu hören, sich zu öffnen für das, was an Botschaft von der göttlichen geistigen Welt zukommen möchte, ne. Ja, ja, es ist auf alle Fälle Schutz und Segen auch, ne, und gutes Vorankommen. Ich wünsche dir alles Gute dafür, ja, gute Klärung, ja, gute Offenbarung und, ja, gutes Vorankommen auf deinem eigenen authentischen Weg. Alles Liebe und bis ganz bald, deine Tara von Taro Rainbow.